So Leute, da sind wir beim nächsten Deck und ihr seht es oben schon Junt Madness. Ein sehr sehr witziges Deck, ein wirklich wirklich witziges Deck, was in letzter Zeit ein bisschen an Popularität gewonnen hat. Ich habe damit auch tatsächlich ein Fischkrieg-Series-Turnier, was wir hatten, gespielt und auch gewonnen. Das war sehr sehr cool und sehr sehr witzig, also fand ich zumindest. Und deswegen gucken wir uns das Deck jetzt mal an. Unser Deck ist hauptsächlich rot-grün mit so ein bisschen schwarz und deswegen gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben erstmal die Mana-Basis. Wir haben natürlich eine Menge Fetchlander. 4 Wooded Foothills, kann man tappen, opfern und Forest oder Mountain aus dem Deck raussuchen und den Spiel bringen. Dazu haben wir 4 Bloodstained Mire, genau dasselbe, in schwarz. Und weil wir brauchen noch ein weiteres Fetchland, spiele ich noch eine Arithmesa. Die ist ein bisschen ärgerlich, normalerweise ist das kein Problem, weil wir, solange wir rot Fetchen können, eigentlich alles aus diesem Deck Fetchen können. Aber ich werde euch gleich fest zeigen, warum ich da so ein kleines Problem mit habe. Wir spielen zwei Basics, das sind zwei Mountains, den lege ich jetzt nicht nach oben. Und dann spielen wir zwei Badlands. Ja, das rot-schwarze Duel und normalerweise spielt das Deck zwei Tigers, also die grün-roten Duels. Da ich aber aktuell nur eins besitze, weil ich irgendwann mal das zweite verkauft habe, ich damn luck, ja, musste ich das Subleton und musste dafür ein Bayou spielen. Das Bayou ist richtig schlecht und wenn ich hätte, würde ich auf jeden Fall die zweite Tiger spielen. Ich bin auch überlegen, mir für das Deck einfach eine zweite Tiger zu kaufen. Aber ja, also das Badlands ist das Beste, ohne Frage. Tiger kann man machen, ist ein bisschen nett und das Bayou ist halt bad. Aber ja, es ist ein okayes Substitut, wenn man eben keine zwei Tigers hat, was ziemlich traurig ist. Legen wir es mal beiseite, verstecken wir meine Schande mal unter einem Fetchland und gucken uns weiter an, was wir noch spielen. Ich habe es jetzt mal ein bisschen anders aufgeteilt wie sonst. Klar, sonst sind halt auch immer Zauber. Seht ihr auch unten schon in der Beschreibung. Das heißt, es kommen jetzt Zauber. Aber die Zauber sind ein bisschen anders gestaffelt dieses Mal. Es sind alle Zauber drin und ihr werdet es ja sehen. Wir spielen vier Once upon a time. Zauber hat Zauber, der sagt, wenn wir den als erstes spielen in einem Spiel, dürfen wir den ohne Mana Koste bezahlen zu spielen, was sehr, sehr stark ist. Und wir dürfen fünf Karten uns angucken und dürfen dann eine Kreatur oder ein Land davon auf die Hand nehmen. Ihr habt gesehen, wir spielen nicht allzu viele Länder. Wir spielen eine Menge Kreaturen und wir sind ein kreaturenlastiges Combo-Deck sozusagen. Und dementsprechend findet das alles, was wir brauchen. Sehr, 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 sehr coole Karte. Genau wie die nächste Karte, wie ich finde, Burning Anquiry für ein rotes Mana. Jeder Spieler zieht drei Karten und wirft dann drei random Karten ab. Hammer. Ihr versaut die Hand des Gegners. Euch ist es relativ egal. Ihr habt damit praktisch Draw-Free, Discard-Free, Have-Free-Value. Deswegen, das ist schon ziemlich geil. Und dementsprechend, ja, gute Karte, gute Karte. Die nächst bessere Karte, die man dazu hat, sind Faithless Lootings. Für ein rotes Mana zieht ihr zwei Karten, werft dann zwei Karten ab, mit drei Mana Flashback. Passiert sehr, sehr selten, dass man das Ding flashbackt. Wirklich selten. Aber auch hier einfach nur zum Enablen, zum Discarden. Dann habe ich noch eine Karte drin und zwar ein Gamble. Gamble ist tatsächlich ein sehr, sehr cooles, cooles, cooles Piece in diesem Deck, habe ich festgestellt. Für ein rotes Mana, Sorcery, würde ich suchen unser Deck nach irgendeiner Karte, nehmen sie auf die Hand und werfen dann eine random Karte ab. Random Discard tut uns selten weh. Und wenn wir damit eine coole Karte finden und die nicht discarden müssen, ist das auch nicht schlecht. Oder teilweise ist es auch super interessant, wenn wir eben an den Madness-Faktor kommen und dann das Ding eben topdecken und dann eine Madness-Kreatur einfach damit suchen können und sie dann abwerfen und dann casten können, dann haben wir auch nichts verloren. Sehr, 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 sehr coole Karte. Und, nee, könnte es auch anders sein. 4 Lines & Diamonds. 4 Lines & Diamonds sind hier wirklich A und O in dem Deck, weil sie ihre komplette Hand abwerfen und das wollt ihr. Und ihr kriegt Mana, das wollt ihr auch. Und, ja, sehr, sehr starker Enabler, einfach nur um auch Karten zu discarden. Ihr merkt schon, Discard, 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 Discard. Discard ist ziemlich wichtig. Alle unsere Spells Discarden bis auf Once Upon a Time. Dementsprechend ist das eben eins der Faktoren. Klar, mit einem Madness-Deck, wo es ja darum geht, zu Discarden ist das normal. Dann haben wir die nächste Kreatur. Kommen wir also zu den Kreaturen. Wir haben vier Putridims. Putridims für ein schwarzes Mana. Wir werfen eine Karte ab und der kriegt fliegend. Das können wir so oft machen, wie wir wollen im Endeffekt. Und wenn wir sieben oder mehr Karten im Friedhof haben, kann er nicht blocken, kriegt plus zwei, plus zwei. Ja, hierbei auch ganz wichtig, der ist eigentlich nur zum Enablen da. Das heißt, wir spielen ihn, werfen haufenweise Handkarten ab, haben haufenweise Madness, haufenweise Effekte im Friedhof, bla bla bla, voll geil. Ist eben dementsprechend sehr nah an diesen Zaubern dran, weil er eben ein Enabler ist. Was enabelt er? Die Karte, die aktuell noch kein Madness hat, aber am meisten von dieser ganzen Abwurfsachen profitiert, ist The Hollow One. Der Hollow One ist ein Fünf-Manner-Vier-Vierer-Artefakt-Golem, der sagt, der kostet zwei Mana weniger für jede Karte, die man gecycled oder abgeworfen hat. Heißt, wenn wir drei Karten abwerfen, ist der umsonst, was in der ersten Runde ein Vier-Vierer bedeutet, was ziemlich stark sein kann. Oder auch mal zwei, wenn man zwei auf der Hand hat. Und man kann die auch für zwei Mana cyclen. Auch das habe ich schon getan, aber das zeigt eigentlich, dass das Spiel nicht in die Richtung läuft, in der ihr sie haben wollt. Dann kommen wir zu den ganzen Madness-Kreaturen. Madness-Kreaturen werde ich Madness auch nochmal direkt bei erklären. Wir haben die neueste Kreatur, Blazing Rootwater. Ein Mana, eins, eins. Für ein rotes Mana kriegt ihr plus zwei, plus null. Kann man nur einmal pro Runde aktivieren. Und er hat Madness null. Wenn diese Karte gediscardet wird, wird sie ins Exile gelegt. Wenn ihr das tut, könnt ihr sie für die Madness-Kosten casten oder ihr legt die Karte in eurem Friedhof. Was sehr, sehr stark ist, weil damit umgeht ihr halt sowas wie Rest in Peace, Layline of the Void und ähnliches. Super, super stark, weil die Karte geht ins Exile. Wenn diese Karte also auf den Friedhof gelegt wird, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr sie über die Madness, den Replacement-Effekt exilt oder eben durch Rest in Peace. Und ihr entscheidet euch natürlich für das Madness und könnt die Karte dann für null Mana casten, was super, super stark ist. Und wer sagt, hä, den Effekt kenne ich doch. Das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Ja, hier ist der Basking-Root-Waller von ewig lange her. Ein grünes Mana 1-1. Der kriegt für 2 Mana plus 2 plus 2. Auch das darf man nur einmal pro Zug machen und hat Madness null. Wir haben also ein 8-Waller-Deck, was tatsächlich schon dazu geführt hat, dass manche Leute einen Black Engineer auf Lizard gelegt haben. Und dann haben wir die letzte Kreatur mit Madness, die ich spiele. Und zwar Anges Ravager. Ja, 3 Mana 3-3. Muss jede Runde angreifen. Immer wieder angreifen, werfen wir unsere Hand abziehen, 3 Karten mit Madness 2. Also können wir für 2 Mana Casten abwerfen. Sehr, sehr coole Interaktion, wenn man wirklich mit dem Lion's Eye Diamond, wenn man das benutzt, kann man ihn halt abwerfen, kann den Root-Waller abwerfen und kann den Roof-Waller noch plus 2 plus 0 geben. Sehr, sehr cool. Und ja, dementsprechend auch hier, wir werfen unsere Handkarten ab. Das heißt, wenn wir keinen Enabler haben zum Abwerfen, können wir hiermit abwerfen und 3 neue Karten ziehen. Und ihr wisst, jede Karte, auf der draufsteht, draw-free Karts, ist eine gute Karte. Meistens auch eine zu starke Karte. Wie ich schon gesagt habe, Madness wird tatsächlich gecastet. Bedeutet, wir können in einer Runde auch 1, 2, 3, 4 Zauber casten, beziehungsweise hauptsächlich Kreaturen casten. Eine Kreatur, die im Friedhof davon probertiert, ist Wenschwein. Wenschwein ist ein 4 Mana 4, 3 Elemental. Das sagt immer, wenn man den zweiten Kreaturenzauber in einem Runden, in einem Zug castet und Wenschwein im Friedhof liegt, kann man sie zurück ins Spiel bringen. Auch hier nehmen wir wieder das Lion's Eye Diamond. Wir benutzen Lion's Eye Diamond, werfen Root-Waller, hier Ravager und die Wenschwein ab, casten Root-Waller und Ravager und holen die Wenschwein auch mit ins Spiel, weil wir haben zwei Kreaturen gespielt. Sehr, sehr, sehr coole Karte, macht das Deck sehr aggressiv und ist neben dem Hollow One praktisch die Kreatur, die wir am Ende meistens Turn 1 raushauen. Das passiert regelmäßig. Dazu kommt noch eine Karte, die ich dreimal spiele, die aktuell so viele Leute runtergekattet haben auf 2, was ich nicht verstehe, weil ich finde die eigentlich zu gut. 4 Mana 2, 2, der gute Anger hat Eile und solange der im Friedhof liegt und wir ein Gebirge kontrollieren, haben alle Kreaturen, die wir kontrollieren Eile. Ein weiterer Punkt, warum das Bayou bad ist. Es ist kein Mountain und das ist mir bisher schon einmal passiert und das tut weh und das ist doof und das ist kacke und dementsprechend ja. Anger sehr, sehr cool, gerade wenn man da mit Ravager, wenn wir jetzt dasselbe Szenario nehmen, wir haben Lion's Eye Diamond oder eben den Puttrut Imp, Discarden, Root-Waller, Wenschwein, den Ravager und eben das Anger und können dann mit dem Ravager auch angreifen und können dann nochmal drei neue Karten ziehen und und und. Super, super stark. Ihr seht schon, wohin das geht. Und die letzte Karte, die ich einmal spiele, ist der Ox of Argonas. 5 Mana 4, 2. Wenn ein Spielwerk kommt, werfen wir unsere Hand ab und ziehen drei Karten, wie ich ja schon gesagt habe. Draw all three cards. Wenn es auf einer Karte steht, ist das schon ziemlich, ziemlich broken. Und er kann eben für zwei rote Mana gespielt werden, wenn wir acht Karten in unserem Friedhof exilen. Und wenn wir das tun, dann kriegt er noch eine Plus-1-1-Marke. Wir haben eine Menge Zauber, die in den Friedhof gehen, sowas wie Ding oder hier vielleicht nicht, Lion's Eye Diamond. Oder wir haben auch Kreaturen wie den Hollow One, Root-Waller, die im Friedhof halt nichts mehr bringen. Natürlich wollen wir jetzt nicht Vengewine, Anger oder so rausnehmen. Aber ansonsten können wir mit dem Ochsen sehr, sehr viel aus unserem Deck rausnehmen, können den spielen, können unsere Hand abwerfen, kriegen vielleicht noch ein bisschen Madness, kriegen dann die Vengewine wieder. Oder wir ziehen dann noch drei neue Karten, können mehr machen. Richtig stabil, richtig cool. Das ist das Mainboard. Kommen wir zum Sideboard. Das Sideboard ist ein bisschen, bisschen strange, wie ich finde. Wir haben erstmal gegen andere Combo-Decks, die schneller sind als wir. Und gerade auch mit dem Friedhof agieren. Reanimator ist da so ein gutes Target. Haben wir vier Leyline of the Void. Können wir halt von der Starthand, wenn wir die haben, direkt ins Spiel bringen. Und der Jedner Friedhof wird halt direkt exiled. Ist ganz cool, macht ein bisschen Spaß tatsächlich damit einfach mal einen Reanimator aus dem Spiel zu nehmen, weil er denkt, die können eh nichts machen. Ist schon passiert. Ansonsten tatsächlich auch eine neuere Karte sind zwei Bone Shards. Ein schwarzes Mana. Wir können eine Kreatur opfern oder eine Karte des Karten und zerstören Kreatur oder Planeswalker. Das kann halt mal irgendwelche Planeswalker random vom Gegner zerstören, die uns halt aufhalten oder so einen Containment Priest vom Gegner abräumen oder ähnliches. Sehr, sehr cool. Weiteres Removal haben wir mit der Karte Feuersturm oder Firestorm. Ein rotes Mana. Wir werfen x Karten ab und fügen dann x Kreaturen und oder Spielern x Schaden zu. Also x Targets, x Schaden. Wichtig hierbei, wenn die drei Karten abwerft, weil ihr drei Targets haben wollt und drei Schaden schießt, müsst ihr auch drei Ziele haben. Das heißt, wenn kein Spieler irgendwas am Feld hat, dann könnt ihr maximal zwei machen. Einmal für euch, einmal für den Gegner. Aber das macht ihr sowieso nicht. Hoffe ich zumindest für euch. Ja, dann haben wir noch so ein bisschen Meta-Tech, sage ich mal. Ich spiele tatsächlich aktuell zwei Run-A-Fool. Es gibt auch Leute, die vier Run-A-Fool spielen. Ich finde, zwei reichen schon. Hauptsächlich gegen Dark Depths oder eben gegen Re-Animator, weil Crystal Brand ist nun mal eine Karte. Und ja, es gibt da auch andere Möglichkeiten, was in diesem Slot zu spielen. Gerade dieser Slot ist sehr, sehr, sehr offen. Genauso wie viele ja auch drei von den Firestorms spielen. Ich habe mich dazu entschieden, bei uns in der Meta läuft eine Menge Cloud-Post rum. Und wenn ich die Turn 1, Turn 2 nicht umbumse, dann haben die mich halt meistens. Deswegen habe ich hier den Winter Orb drin für zweimal ein Artefakt. Man enttappt nur ein Land. Das ist uns relativ egal, aber den Gegner kann es sehr hart stören. Deswegen habe ich den Winter Orb als Meta-Tech reingenommen. Was ich da noch habe, ist eine Pithynidle. Davon spielen aktuell Leute immer mehr zwei. Einfach nur, weil Wasteland ist ein Problem, Ausrüstungen sind ein Problem. Also ihr habt ganz viele Probleme mit dem Deck. Und Needle löst eine Menge Probleme davon. Deswegen Needle hier auf jeden Fall auch immer wieder ein bis zwei im Sideboard spielen. Und gute alte Engine Grudge. Auch das, Ausrüstungen oder eben auch sowas wie die Anson Hanging Bridge oder andere Sachen, die einfach weg müssen. Ja, für zweimal ein zerstörter Artefakt. Für ein grünes Flashbacken wir. Super interessant, super wichtig. Und ja, es ist aus dem Friedhof Kasper, was super interessant und super witzig ist. Und ja, super witzig. Deshalb kommen wir mal ganz kurz zu dem, warum solltet ihr dieses Deck spielen? Ja, die Frage, warum man dieses Deck spielen sollte, ist ziemlich einfach, weil es fun macht. Es macht wirklich fun, wenn man auf dieser Art von Decks steht. Gerade weil es halt ziemlich cool ist mit den jetzt, mit den beiden Rootwallers, ist es halt super konstant geworden mit dem mehr Madness. Und ja, mal gucken, was da noch an anderen Madness Karten drin gespielt werden könnte. Das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen entwickeln. Es zeigt ja schon mit Bone Shards oder Firestorm, dass ihr sehr interessante, sehr coole und sehr, sehr witzige einfach Removal und auch andere Discard Optionen spielen könnt. Ich würde halt ohne Lion's Eye Diamond nicht aus dem Haus gehen, was das Deck halt leider sehr, sehr teuer macht. Genauso wie die vier Duels, die drin sind. Und ja, das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten, Anger habe ich schon vor Jahrzehnten gespielt. Die Incarnation ist einfach super, super witzig. Und auch Burning Inquiry. Wie ich diese Karte geliebt und gleichzeitig gehasst habe, einfach nur aus dem Grund heraus, dass sie einfach Burning Inquiry ist. Der Gehtner wirft drei Random Karten ab. Das ist halt, uns ist es halt egal. Um Gehtner nervt es halt. Ich habe damit auch sogar schon geschafft, erste Runde alle drei Länder aus der Hand zu nehmen. War der Hammer. Und Ventschwein ist ja eh immer so ein On-Off-Beziehung. Gerade was die Meter angeht, ist es gerade da, ist es nicht da. Hat tatsächlich damals dafür geführt, dass eine meiner Lieblingskarten gebannt wurde. Ja, Survival of the Fittest. RIP. Es macht mega Spaß. Es ist mega cool. Gerade wenn man halt wirklich mit sehr coolen Karten spielen kann, die man sonst nirgends sieht. Auf der anderen Seite spielt man eben auch mit Karten, die man sonst nirgends sieht. Und ihr kommt von diesem Deck nirgends wohin. Was sehr, sehr schade ist. Deshalb überlegt euch, ob ihr diese Deck spielen wollt. Und wenn ihr Spaß daran habt, testet es vorher aus. Weil ich glaube, auf lange Sicht gesehen, lange, lange, lange Zeit wird man dieses Deck nicht spielen wollen. Dann geht man eher auf etwas Konstanteres wie Reanimator oder ANT oder Tess oder sowas. Oder man geht halt in eine ganz andere Richtung. Und das ist halt hiermit ein bisschen schwieriger. Deshalb schaut es euch direkt das Deck an. Probiert es aus. Habt Spaß damit. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen damit spielen gehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablöxate. Ciao, ciao.